Ich hatte Gänsehaut, wo der die Trauer, also wo er so traurig gesprochen hat, weil es hat mich wirklich irgendwie schon berührt. Weil man muss verstehen, er hat seinen Vater verloren und dann sein Padre. Ja, du Schatz des Minotauren. Ach, das sind aber alles solche Innensplitter. Das heißt, es gibt mehrere von diesen Kugeln. Ach, du Scheiße. Was ist das? Rinderkugel. Warum habe ich einen Rinderruf? Ich will es nicht essen. Wo ist Fleisch? Okay, ja, was machen wir jetzt für eine Quest? Ich habe alles erreicht, was man erreichen konnte heute. Nee, Spaß. Wir haben natürlich noch viel mehr. Ja, das macht man so nach und nach. Wie wäre es mit, dass wir noch mal in der Arena kämpfen kommen. Wir sind Level 44, wir können da bestimmt in der Arena noch einiges reißen. Wir sind ja vão denn mit, was machen wir. Wir müssen jetzt rest werden. Ich will gewenmen euch. Ich will den bonne sehr schnell gedeckt. Wir müssen jetzt mal in der Hits addressing. Was ist dein Gegner? Ich will Miene, Miene Ich muss ausstehende Schulden eintreiben Verstehe Miene Weil ich in der Rangliste steigen will Boah, das Spiel ist so geil Ne, ernsthaft Das ist Ich fand Origins schon Von Gameplay und so her Bestes Assassin's Creed Storytechnisch fand ich es meh Aber das hier ist atemberaubend Oh nein, die haben Wolf Hä? Aber das ist doch Ist doch mein Bogen, oder nicht? Dann wird der Bogen noch Ah Aber nicht diese Pfeile Ich besiegst du nicht Ja schön, dass du grenzt Jetzt laufen wir auch noch in die Staffel Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das ist heiß, es ist heiß! Ux. Ja. Nice! Und Larsons goldenes Fleece. Danke. Ja, Nene. Da guckste, hä? So, und jetzt noch Iris, Feuerdonner und Morsimos und dann den Rang 1 Typen, hä? Wir sind kurz davor, den Rang 1 Typen zu treffen. Den treffe ich bestimmt auch in der Arena. Hey, wir haben jetzt erstmal nur... Entschuldigung. Wähle deinen Gegner. Ähm, ich kämpfe gegen Evante Diere. Ich mache in der Arena Jagd auf Evante. Wer weiß, vielleicht ist die ja vom Kult. Glaube ich auch nicht. Könnte ja die 43 sein, oder? Wollt ihr die Besten? Ich fragte! Wollt ihr die Besten? Wollt ihr die Besten? Wollt ihr die Besten? Jetzt reicht's aber! Ähm, das war... das war ein Tiergeräusch. Das war's für heute. Hup! Geh! Ja! Oh. Oh, okay. Und die hatten Löwen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Nein, 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 nein! Nein! Das stimmt! Das stimmt! Das stimmt! Nice! NICE! Sonst noch jemand? Ah, ich hab nicht mehr so viel Holz. Das sollte ich lieber lassen. Ähm... Ähm... Ich habe Menschen, die mir wichtig sind. Es gibt Menschen in meinem Leben. Menschen, die mir wichtig sind. Hast du so etwas auch? Hm... Meine Tochter ist mir sehr wichtig. Was ist mit Freunden? Du hast doch sicher noch Freunde aus deiner Zeit in der Arena. Hatte ich. Alle tot. Was wurde aus ihnen? Ich war Held der Arena. Der größte und siegreichste. Ich habe sie alle in ehrenhaften Kämpfen getötet. Sie ruhen ein Stück die Küste hinunter. Das ist hart. Was ist mit deiner Familie? Was ist mit deiner Familie? Deiner Tochter? Meine geliebte Annea. Als ich sie zum ersten Mal im Arm hatte, wusste ich, dass ich nie wieder töten könnte. Wegen ihr hörte ich auf zu kämpfen. Auch wenn ich mich nicht ganz von der Arena lösen konnte. Wann genau war das? Vor Jahren. Vor vielen Jahren. Jetzt bohre ich weiter. Ich werde nicht weiter bohren. Aber komm und sie mich kämpfen. Ich beneide dich, Seldenerin. Du kannst noch so viel erreichen. Gib das nicht aus der Hand. Ich werde nicht weg. Aber es wird nicht weg. Eine Ordnung. Es wird nicht weg. Eine Ordnung. Eine Ordnung. Ein Ordnung. Und eine Ordnung. Eine Ordnung. Ich hoffe, es wird nun gehen. Entscheidung, auch mich für Kassandra zu entscheiden, weil ich mag sie. Ah, genau die Rüstung wollte ich auch haben. Die ist Max. Mittlerweile decken wir uns wirklich richtig ein in legendäres Zeug. Fällt mir. Das heißt, der Bogen ist so geil. Aber können wir? Wähle deinen Gegner. Es ist ein Level unter uns. Pitos. Felsen. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ähm. Ähm. Pallas dient dem Kult nur, um seine Lust an Metzeleien zu stellen, dass man ihm... Ehm. War nur ein Lutz. Auf dem Schlachtfeld brachte er Rufe voller Schmerz, Angst, Wahnsinn und ihr Tritt. Sobald die Schlacht geschlagen war, hörte man nur noch Pallas lachen. Ich denke mal, ich mache jetzt auch die Story weiter. Ich glaube ein... Einmal können wir noch. Komm, hier gegen Pitos. Ich werde den Fels von Athen zerschmettern. Du fällst von Athen. Dann bin ich mal gespannt. Ihr, die ihr euer Leben riskieren werdet, das Publikum grüßt euch. Komm. Noch mehr? Ja. Ja. Okay, es sind auf jeden Fall Athena. Ja. 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 Wow, ich habe eine Welle überstanden. Ich brenne! Ich versuche es zu sehen. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Mann! Bis zum nächsten Mal. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Oh Gott! 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 Oh! Oh! Oh Gott! Oh! 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 Oh!